Dadurch, dass es weniger machen auf YouTube, hast du automatischen Wettbewerbsvorteil, wenn du dir den Aufwand gönnst, dass du Videos machst. Warum ist es aufwendiger auf YouTube Content zu posten? Naja, weil jeder Post ist ein Video. Also YouTube sind rein nur Videos. Aber da gibt es mittlerweile so Shorts, das heißt, du kannst da ganz schnell irgendwas aufnehmen, in deinem Büro oder irgendwo, weniger als eine Minute raufladen. Und auch da gibt es quasi diese Shorts, wo du schnell Content produzieren musst. Also es ist nicht immer zwei Stunden Arbeit für ein Video, so wie ich das hier gerade drehe. Das ist für mich insgesamt einmal ein bis drei Stunden Arbeit, bis ich dann meine Videos alle geschnitten und raufgeladen und alles optimiert habe und so weiter. Und das mache ich halt einmal die Woche oder alle zwei Wochen einmal. Dann lade ich sie alle hoch mit einem Timer, zeitlich versetzt. Und wenn man sich diesen Extraaufwand gönnt, funktioniert super mit YouTube. Man kann die Videos dann auch sozusagen recyceln in LinkedIn und auch in Facebook und noch sonst wo. Ja, von daher richtig gut, weil es eben relativ verhältnismäßig wenige noch machen. Und das hat zum Beispiel auch den Vorteil, bei Suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen wirst du viel leichter gefunden mit Videos. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn dich das interessiert, auch gerne bei mir melden oder in die Kommentare reinschreiben. Das war Social Media. Okay, jetzt haben wir noch zwei Punkte offen. Ja, das waren jetzt eigentlich die wichtigsten Punkte. Jetzt haben wir noch zwei übrig von den fünf wichtigsten Punkten, um sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, respektive bezüglich der Bestandskundenakquise, Bestandskundenpflege. Und wir haben ja eigentlich den einen Punkt hier schon angesprochen bei Social Media, Follow-up und so weiter mit YouTube. Und das geht Hand in Hand über mit dem vierten Punkt. Und der vierte Punkt ist Suchmaschine. Ja, denn das kann ja auch sein, dass jetzt mal dein Bestandskunde, wenn er vielleicht schon länger nicht mehr bei dir gekauft hat, gerade heute beschlossen hat in seinem Gremium oder was auch immer, dass er einen neuen Auftrag zu vergeben hat. Und wenn es jetzt eine kleinere Firma ist und die haben jetzt nicht einen Einkauf mit allen möglichen Lieferantenlisten und so, dass er einfach in Google reingeht. Das ist so intuitiv das Erste, was wirklich jeder Mensch mittlerweile macht. Und einfach googelt. Und wenn du natürlich dein entsprechendes Google-Ranking hast, Suchmaschinenoptimierung etc. Thema, sehe ich also wirklich Dutzende von Softwareentwickler-Webseiten, die so viel Potenzial hätten. Also wenn du da Fragen hast, einfach bei mir melden. Hier unten, wie gesagt, ist ein Link für eine Strategiesession. Aktuell biete ich diese noch gratis an. Ich weiß nicht mehr, wie lange, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nämlich meine Zeit sehr, sehr knapp bemessen habe. Ich bin eigentlich letztendlich, ich habe teilweise 16, 14 Stunden Tage Arbeit. Ich bin auch dabei, Leute einzustellen und die mir dann unterstützen usw. Aber letztendlich, das Wissen, was ich habe, ist natürlich nicht so leicht replizierbar. Das heißt, ich muss es also wirklich für meine Kunden, die mich bereits bezahlen, sehr gezielt einsetzen. Meine Zeit, meine Ressource, ich als Mensch und mein Know-how. Und wenn du jetzt meine 30-minütige Gratis-Strategiesession buchen möchtest, dann kann ich das vielleicht noch machen, aber vielleicht nur noch zwei, dreimal die Woche. Und also nicht mehr in der Häufigkeit, wie vielleicht noch in der Vergangenheit, beziehungsweise vielleicht irgendwann mal ein paar Wochen oder ein paar Monaten gar nicht mehr. Oder ich gebe es dann an jemanden ab, der es dann vielleicht auch machen kann, in der Vorqualifizierungsstufe usw. Aber dann sprichst du nicht mehr mit mir direkt. Und ich bin halt wahrscheinlich der mit dem größten Know-how aktuell bei mir in der Firma. Und von daher, schau, dass du jetzt noch eine 30-minütige Strategiesession bekommst, wenn du mit mir noch nicht im Gespräch warst direkt, wenn du Softwareentwickler, IT-Experte etc. bist, egal welcher Größe, egal wo du stehst, selbst wenn du noch Angestellter bist noch oder so. Und überlegst dir gerade, sich selbstständig zu machen. Kann sein, dass du ein wahnsinniges Potenzial hast, innerhalb von kürzester Zeit deine eigene Firma hochzuziehen, wo du dir noch gar nicht so richtig bewusst bist, dass du dieses Potenzial hast. Häufig habe ich dann richtige Aha-Effekte, so 10, 20 Viertelstunde im Strategie-Call reichen. Da machen wir schon aus, dass ein paar Sachen wir besprechen und du plötzlich denkst, wow, krass, an das habe ich überhaupt null gedacht, so von dem Blickwinkel noch nie betrachtet usw. Aber wir sind ja auch alle quasi durch unser ganzes Schulsystem letztendlich sind wir auch letztendlich systematisch dazu erzogen worden, nicht wirklich out of the box zu denken. Aber das ist genau das, was wir brauchen, um insgesamt unsere Ökonomie voranzubringen in der heutigen Welt und wettbewerbsfähig zu halten und besser zu machen. Bin ich schon wieder in die Politik abgeschweift? Also Suche. Das fünfte, der fünfte letzte Punkt ist letztendlich offline. Ja, also das heißt Briefe schicken, ja, irgendwie offline. Und jetzt nicht, also Telefonakquise zähle ich zu online mittlerweile dazu, weil das ist letztendlich nicht wirklich offline. Aber halt einfach hier Postkarten schicken, ja, sowas wie Postkarten, Briefe, ja, Briefe und so weiter. Ja, und das sollte man nicht unterschätzen, auch wenn das hochwertig und gut gemacht ist, kann auch das dazu beitragen, dass deine Kunden nicht immer wieder, dass du dich bei deinen Bestandskunden immer wieder in Erinnerung rufst. Und es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile mit einer der günstigsten, ja, Marketing-Kanäle überhaupt, weil sich keiner mehr macht, ja, und so eine Postkarte verschicken oder sowas kostet gleich dann irgendwie so ein paar Cent, ja, im Gegensatz zu vielleicht eine Social-Media-Kampagne bezahlt, wo du dann irgendwie für einen Klick für bestimmte Keywords bis zu 20 Euro bezahlst, für einen Klick nur, ja, dann hast du noch lange keinen Neukunden gewonnen oder noch keinen Auftrag gemacht, ne, also das hier ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, günstig, ja. Man muss es natürlich auch können, ne, also nicht einfach irgendwas an irgendwen verschicken, sondern es muss auch quasi auch professionell gemacht werden, im Idealfall, aber auch da kann ich dir Tipps geben, da habe ich auch Experten an der Hand, ja, und wenn ich dir persönlich mit meiner Firma dann nicht direkt weiterhelfen kann, glaub mir, ich kenne jemanden, der dir da weiterhelfen kann, also mein Netzwerk ist groß, ich habe Partner, Experten, alles, ja. Okay, also, wenn dich das interessiert, all das hier, zum Thema Bestandskunden, Akquise, Bestandskundenpflege, ja, wie du quasi mir rausholst, man muss doch so denken, der ganze Aufwand, die ganze Energie abschließend noch das, ein Appell an dich, wenn du bis jetzt hierhin durchgehalten hast bei dem Video, der ganze Aufwand, die ganze Energie, überhaupt mal einen Kunden zu gewinnen, ist ja enorm, teilweise, ja, also manchmal geht es nicht mehr, geht es auch sehr schnell, wenn man jetzt quasi die richtigen Leute vielleicht hat, die einen da ein bisschen unterstützen, so wie ich, dann geht es auch ein bisschen schneller, aber die musst du ja auch einkaufen, ich arbeite ja auch nicht umsonst, das heißt, Neukundengewinn ist ein gewisser Aufwand an Energie, Zeit und Geld und wir haben ja nur diese drei Ressourcen, egal wo du stehst, jeder Mensch hat nur Energie, Zeit und Geld, nichts anderes und dann sozusagen deinen bereits gewonnenen Kunden, ja, weil du zu busy bist, weil du zu sehr im Tagesgeschäft bist, weil du den Überblick verloren hast oder weil du einfach zu viele Daten in deiner Datenbank hast oder weil du grundsätzlich gar keinen, ich kenne immer wieder Leute, die haben irgendwie, sind seit zehn Jahren selbstständig unterwegs als Softwareentbegleitier-Experte und haben immer noch kein CRM, ja, immer noch kein CRM, arbeiten mit Excel, ja, da liegen hier irgendwelche Excel-Schieds rum, Excel, ja, Excel, was macht Excel nicht? Ja, warum ist Excel so kacke? Ja, Excel ist ein geiles Tool, aber für die Dinge, für die es vorgesehen ist, Kalkulationen zum Beispiel, ja, Statistiken und so weiter, irgendwas, also mathematische Formeln, irgendwas hinterlegen. Aber zum Kunden, Bestandskundenpflege oder generell zur Kundenpflege, musst du dir ein CRM holen, ja, da ist ein Excel kacke, weil ein Excel dir automatisch nicht Bescheid sagt, es ist mal wieder an der Zeit, Herr Mayer-Müller anzurufen, es ist mal wieder an der Zeit, Herr Mayer-Müller eine Postkarte hier zu schicken, es ist mal wieder an der Zeit, Herr Mayer-Müller eine E-Mail zu schicken. Und by the way, ich schicke sie auch dann mit dem Marketing-Automation-Tool, ja, auch noch automatisch für dich, du musst überhaupt gar nichts tun, ja, und das kann sein, wenn du im Urlaub bist, das kann sein, wenn du im Ausland unterwegs bist, auf Geschäftsreise und bei dir ist es 3 Uhr nachts, ja, und zu Hause in Deutschland bei deinem Kunden, ist es 8 Uhr morgens, dann schickt das Automation-Tool um 8 Uhr morgens pünktlich die Erinnerungs-E-Mail. Hallo, wie geht's, wie steht's, ja, wir haben ja schon mal Geschäfte gemacht und so weiter, by the way, hier ein paar News, hier ein neues White Paper, kannst du runterladen, dich informieren. Egal, was du da reinpackst an Nutzen oder Mehrwert oder interessanten News, der eigentliche Sinn und Zweck des Ganzen ist, dich in Erinnerung zu holen, dein Gesicht wieder zu zeigen und ein kleines Foto von dir, einen Link zu deinen neuen Offices oder was auch immer du für Gründe hast, eben dich immer wieder eine E-Mail zu schreiben oder Geburtstags-E-Mail oder whatever, ja, und wenn du den Geburtstag deines Kunden nicht weißt, auf LinkedIn, steht normalerweise der Geburtstag dort oder auf, ja, auf LinkedIn oder Anivisair, ja, Anivisair auf LinkedIn, wirst du automatisch benachrichtigt, dann kannst du dein, das ist schon wieder High Level, ja, dann kannst du dein LinkedIn, hier dein Social Media, ja, mit deinem Marketing Automation und dein Marketing Automation hier mit deinem CM verknüpfen. Das heißt, wenn auf Social Media, auf LinkedIn, ja, jemand seine Position ändert, dann automatisch Nachricht, ja, an dich und du an ihn, hallo, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Und schon wieder hast du dich in Erinnerung gerufen. Okay, Leute, das soll es sein für dieses Video. Ich finde es cool, dass du mit dabei warst, so lange, war das längere Video. Ganz ehrlich, es ist ein super wichtiges Thema. Wenn du da kein Konzept, keine Strategie, keine internen, keine automatisierten Workflow-Prozesse etabliert hast, kann ich dir eins sagen, das einmal mit einem Profi durchmachen von A bis Z, ich weiß, es kann wehtun, ich weiß, es ist ein leidiges Thema, es macht halt auch gar keinen Spaß. Aber es einmal durchmachen und dann so weit automatisieren, wie es irgendwie möglich ist, dann hast du es geschafft. Alles, was dann an neuen Kontakten dazukommt und so weiter, ist dann in dieser Maschine drin, in diesem System. Und ich würde mal sagen, ich würde mal behaupten, wenn du ein Unternehmen bist, das aktuell eine halbe Million Umsatz macht im Jahr und du einmal dieses System aufgesetzt hast, machst du automatisch bis zu doppelt so viel. Also das kann wirklich eine Menge, Menge, Menge mehr Umsatz bedeuten. Also vielleicht sogar mehr wie doppelt so viel. Also das hängt natürlich ab, wie qualitativ hochwertig deine Kontakte und deine Bestandskunden und deine Produkte, das hängt von vielen Faktoren ab, ist schon klar. Aber einmal das installiert, ich kann dir echt versprechen. Und ich sage dir das aus eigener Erfahrung. Ich sage das nicht nur aus der Erfahrung, was ich bei anderen Leuten sehe oder bei Kunden von mir und so weiter, sondern ich sage das aus eigener Erfahrung, weil ich das früher auch nicht gemacht habe. Dann rufe ich jemanden an, mit dem habe ich letztes Jahr eigentlich vereinbart, dass wir dieses Jahr vielleicht eventuell zusammenarbeiten. Rufe ich den im März an oder ich wollte ihn im März anrufen. Ich hatte zu viel zu tun, habe es erst im April geschafft, den anzurufen. Dann sagt er, ja, wir haben uns gerade vor zwei Wochen für einen anderen Dienstleister entschieden. Hätte ich hier ein bisschen mehr Automation und so weiter damals gehabt, hätte er wahrscheinlich mich gebucht, weil ich habe mit ihm schon eine Beziehung aufgebaut, schon ein Jahr davor. Einfach mal wieder ein paar Zehntausend Euro auf der Straße liegen lassen. Und das Ganze hier einmal gemacht, dann hast du es und die Tools und so weiter, das koste ich ein paar hundert Euro im Monat, fertig. Und du kannst sie natürlich auch noch vielseitig verwenden, diese Marketing-Automation-Tools und die CRMs und so weiter, die du einmal interpretiert hast. Die kannst du ja quasi clustern, du kannst dort unterschiedliche Kampagnen-Arten machen, das kannst du so komplex gestalten. Der Sky ist der Limit, kann ich dir versprechen. Also auch im B2C-Bereich werden die gleichen Tools auch verwendet. Da geht es ja teilweise um Hunderttausende von Kontakten. Okay, also nochmal, letzte Möglichkeit, dich für mein Gratis-Strategie-Session-Analyse-Gespräch hier unten einzutragen. Hier unten findest du einen Link, Kalendry-Link, mit anderen Worten, dort direkt kannst du auf dem Kalendry ein paar Fragen beantworten, ein bisschen vorqualifizieren, muss ich die natürlich schon, wenn ich die noch nicht kenne. Und dann kannst du da einen Termin bei mir buchen, gratis. Also ich freue mich auf jeden Fall bis dahin. Ansonsten, wenn du das YouTube auf YouTube gesehen hast, gib mir einen Daumen hoch, das würde mir echt mal weiterhelfen. Und lass mir einen interessanten Kommentar da. Gib mir einfach einen Kommentar, was ich dir noch bieten darf, was ich dir noch bieten kann. Also das hilft mir echt weiter, um ja auch letztendlich für diejenigen Mehrwert zu bieten, die jetzt nicht direkt geplant haben, irgendwie morgen quasi in Aktion zu treten und was zu verändern, aber sich einfach mal informieren wollen. Dazu sind diese Videos auch da. und ich freue mich, wenn ich dir weiterhelfen konnte. Bis zum nächsten Mal. Happy Hunting, viel Erfolg, viel Umsatz, mehr Gewinn und mehr. Und ja, alles Gute auf all deinen Wegen. Bis dahin, bye bye, ciao ciao, dein Thomas Klein.